So Leute, ich bin zwei Pflaster wie bei Kongs per PdW Ich brauche unbedingt was zu lachen, denn diese Woche hier war nicht äußerst rosig für mich Also habe ich mich heute spontan entschieden, Kong aufzunehmen Ähm, ja Äh, wir sind immer noch hier mit nem Stierkampf So, Stierchen Und wir vermöbeln gleich ein paar... War erstmal Reib mal den Boden So Ähm, bitte mal richtig hin... Nein, nein, wir sind hier Richtig hin drehen, aber hier ist auch Gut, die Kuh ist müh, äh, wett die Kuh ist müh Weiß auch nicht, was ich finde, wieder verscheiße, laber, aber egal Ähm, ne, wir haben wissen Sei mal noch da Witzig, langsam mal verpissen Geht jetzt weg Geht weg, geht nicht weg Na doch, sie will jetzt saufen gehen So viel hin Yay, der Matator Ach, die will ja immer noch nicht Die will ja immer noch nicht, die dumme Kuh Die Däme, okay Nee, nein, 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 nein Mann, verdammt Oh shit Ich hab nur noch ein Leben, ich will mir mal Schokolade Schokolade-Snacken Nom, nom 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 So, von uns... ach, jetzt ist die Kuh ja am Kacken Die Kuh ist am Kacken und wir können weitermachen Komm her, mein Großer. Komm her. So, da haben wir dich auch schon mitgenommen. Ne, Titte. So, bitte, bitte in die Richtung. Äh, ne, verdammt. Scheiße, direkt. Das war ja gleich mal ganz super. Und vielleicht rede ich heute irgendwie nicht motiviert genug, aber ähm, naja. Wie ich so am Anfang des Pfades schon angekündigt hatte, meine Woche falle ich jetzt nicht so supertoll, aber äh, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Das ist mein Privatleben, das möchte ich hier nicht ausschweifen. Ich will hier nur Kühe töten. So, was hat der Stier jetzt vor? Oh, jetzt muss der Stier scheißen. Oh, warum bin ich so fett? Oh, na so, ne, doch nicht. Ja, der Stier ist dann mit eingestürzt. Hm, sieht aus, als ob's mit Scheiße füllt ist. Seid ich das wirklich tun? Ab in das Scheiße Loch. Na, wata meia. Iiii, kaka. Iiii, widerlich. Ähm, das muss hier gewaltig stinken. Mir stinkt zumindest gewaltig. So, warte mal hier. Äh, was denn das? Was, Konfidenzbild? Was denn das, Droh? Hey, hey, I feel a lot more confident. Yeah, need these anymore? Was? Ach so, er braucht keine Schwimmfliege mehr. Und ich finde, ich bin a lot more confident, dass ich nicht be able to swim on the water now. Hm, how would I do that? Let's see. Äh, okay, wir können jetzt gleich unter Wasser schwimmen, glaub ich. Äh, drück B. Ja, das sollt mich untertauchen. Ja, wenn ich dann B drücke, dann schwimmt da. Ja, okay, das ist klar. Naja, das ist es. Ja, denk schon. Hallo, ja, denk schon. Äh, what to do? Haha, geil. Toll, was denn nur los? Äh, ja, die FPS-Anzeige gehen gerade richtig runter, aber egal. Jetzt geht's wieder. Mann, ist das widerlich. Das ist widerlich. Das ist total widerlich. Muss denn hin? Hier ist überall scheiße. Oh, da ist er unser Stierfreund. Ja, wo bist du denn? Oh, über mir? Wann? Wo? Ach, da bist du ja, Gabe. Da ist ja mein Gabe. Katsching! Ein sehvoller Scheiße, wa? Jo, wird auch immer du gesagt, dass mir ist das gerade wurscht. Ich steck dich einfach ein. Jo, mo, Sponduli, Sponduli. Was heißt Sponduli? Ich bin nun auch mal kein Wörterbuch, ne? Aber egal. Ähm, wo muss denn nichts hin? Hier ist alles voller Scheiße. Oh, äh, nicht in das Scheiße, noch. Also mir würde das Gewalt des Stinkern und Konker gerade auch, denn er... Leider am Lufmangel. Dann würde ich hier aber auch... Also Luftmangel ist hier schon vorprogrammiert, irgendwie. Muss man denn hin? Ne? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Äh, hallo? Ha, ich will nicht abgräben, ich will nicht abgräben. Bin ich hier auch richtig? Hallo? Ist hier wer? Ach, hier hab ich das... Intelligent! Ich bin schon eine riesen Intelligenz-Bestie. Ne? Da ist unser Stierfrau. Da... Ist kacke. Ist auch alles kacke. Uah. Äh, kacke und Pisse riechen nicht gut. Ähm, jo. Ja, press the button, haben wir schon erledigt. Joa, also wieder durch den Kackasee. Komm, da durch? Ne, da kommt man nicht durch. Äh, da unten geht es auch nicht durch. Scheiße, ich bekomme keine Luft mehr. Ich krippe gleich ab. Ich brauche Luft. Hilfe! Scheiße! Komm, Luft, Luft, Luft. Ich hab's gar nicht heute hier geschafft. Ich glaub's ja nicht. Hä? Musst denn hier hin? Hallo? Ich seh hier gerade gar nichts mehr. Groß auch scheiße. Ja, ihr sagt es, ihr mit eurem Furzgeräuschen. Furz den da die ganze Zeit, wenn man das so überträglich hier. Ähm, jo. Da gibt's kein Weg. Hm. Muss ich wieder durch den Anfang, oder wat? Oder hä? Oder wat? Oder wie? Oder wann? Ich probier mal zum Anfang zugelangen. Irgendwie. Das kann ich gar nicht mehr. Ne, ich komm mal gar nicht mehr zum Anfang, da hier, äh, die Scheiße mir den Weg verschwägt. Oder wann? Ich komm nicht da weiter. Oh, ne. Ja, gute Frage. Ich komm nicht mehr weiter, also... Äh, ist doch Schatzplay beendet. Nein, natürlich nicht. Ich suche mir schon einen Ausweg. Irgendwo hier muss was sein. Irgendwo. Wenn's in der Tisten scheiße ist. Okay, in der Tisten scheiße ist es nicht. Aber der Mistkäfer ist weg. Warum ist der Mistkäfer weg? Hallo? Ist hier was? Ist hier was Interessantes? Ich glaube eher nicht so. Große Kacka. Wo muss man denn lang? Sag mir das doch mal. Ja genau, du. Wo muss ich lang? Hä, hier gibt's doch gar nicht so viele Möglichkeiten, wo man sein könnte. Hm. Was kommt mit dem Scheiße los? Ist hier wieder Sackgasse? Nee. Hier ist keine Sackgasse. Hä? Da komm ich wieder raus? Ist vielleicht, wenn ich jetzt wieder rausgehe, irgendwas da? Nö, ne? Kann mir auch nicht vorstellen. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. War mir klar, dass hier nichts ist. Was sollte denn hier auch sein? Einfach mal wieder runterplumpsen. Hä? Wo muss ich denn lang? Alter. Ich komm hier gerade noch nicht voran. Äh, tüttü. Äh, nicht in die Scheiße, ins Scheiße Loch fallen. Ah, ich sterb gleich, wenn ich nicht sofort Luft bekomme. Ach, hier unten geht's noch weiter. Ach so. Toll. Was hat's mir jetzt gebracht? Ach, oder warte mal. Warte mal, warte mal. Vielleicht, wenn ich jetzt rausgehe, ist da jetzt was Neues aufgetaucht? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ja, nein, vielleicht. Ja, da ist tatsächlich was. Ja, da ist tatsächlich was. Äh, ja, ein großer Scheiße-Ball. Toll. Jo, und das stinkt wieder. So, Scheiße-Rollen. Kann auch sehr Spaß machen. Ich spür auch mal mit meiner Scheiße so rum, weil es bis da ist denn nicht. Nicht verpuffen. Mensch, ist doch alles Scheiße. So, wo muss ich mit dem Scheiße-Ball hin? Mit meinem Scheiße-Bällchen. Äh, hallo, Scheiße-Bällchen. Mal ein Scheiße-Bällchen. Ich seh' gerade gar nicht, wo ich lang muss. Äh, wo kann ich hin mit meiner Kacke? Ich will mit meiner Kacke irgendwo hin. Erstmal hier hoch. Äh, das sieht nicht sehr interessant aus für mich gerade. Ach, ich muss bestimmt mit der Kacke da hoch. Immer mit der Kacke nach oben versuchen zu kommen. Ne? Nicht nach unten. Bloß nach oben. Äh, kacke, kacke, kacke. Ja, bei diesem Spiel verwundert es mich nicht mehr, dass wir mit Scheiße spielen müssen. Äh, sicherlich auch nicht. Denn hier ist alles widerlich. Arschloch. Nein, nicht, Mann. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sodammt die Scheiße. Ähm, ja, erstmal das Kacke-Bällchen größer machen. Mein Kacke-Bällchen und ich, wir verstehen uns super. Kacke-Sie und Kacke-Bällchen. Haha. Äh. Erstmal mein Kacke-Bällchen hier irgendwo hochschieben. Äh, denn... Nein! Mann! Verdammte Kacke. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens. Also, und zwar, da muss ich den ja nicht schieben, ne? Oder muss ich da was verpasten? Ich glaube, ich bin nicht so dran. Ich glaube, ich gucke da erstmal hoch. Versucht, die Miss Käfer zu töten. Also, ne, kann ja gar nicht ohne Zwille. Und die Zwille bekommt einer nur bei so einem Press-V-Button-Feld. Äh, ja. Das ist natürlich sehr schlau von mir gewesen. So ein Laufen. Mein Kacke. Kacke-Bällchen. Oh, ich muss den Park gleich beenden mit meinem Kacke-Bällchen. Und dann versuchen wir es im nächsten Part ja hoch zu beschieben. Ich guck mal, wie weit ich komme, bevor es mir da und da fällt. Nein, das ist die. Nicht runterfallen, Kacke-Bällchen. Mein Kacke-Bällchen. Nein, ich gebier's nicht. Oh, ich hab nicht mehr so viel Zeit, aber ich versuch, noch möglichst hochzukommen. So, hier bleib ich stehen mit meinem Kacke-Bällchen. Jo, nicht weiter. Ich beende den Part und wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Tschüssi Kowski, euer Flast-TV.